Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, nochmal ein Flachwitze-Video, aber ein neues, diesmal von 2018, die besten, mitunter der besten, die ich so finde, Flachwitze 2018. Wir fangen direkt mal an, nachdem das letzte Video so erfolgreich war, habe ich mir gedacht, mache ich es einfach nochmal und suche mal ein paar neue, vielleicht etwas unbekanntere Flachwitze raus. Ich hoffe, euch gefällt es, ich mache übrigens auch noch andere Projekte, nebenbei noch Horrorzeugs und so weiter und so fort. Wir fangen an. Wie nennt man ein türkisches Krokodil? Alligator. Ich muss aber ganz kurz was dazu sagen und zwar werde ich es wieder sehr, ja, monoton, sehr plump einfach vorlesen, weil das eben im ersten Video ganz gut ankam. Was ist rot und schwimmt in der Toilettenschüssel? Eine Klomate. Was sagt ein Chinese, wenn ihm kalt ist? Heizung. Was sorgt für gute Luft zu Weihnachten? Der Adventilator. Wie heißt der schärfste Berg in Afrika? Chidi Manjaro. Was kommt aus China und telefoniert? Eine Telekinese. Wie nennt man ein bankrottes Mammut? Armut. Was kriecht durch die Wüste und quatscht viel? Eine Plabberschlange. Was macht Fotos und brennt? Eine Flamme rar. Wie nennt man einen russischen Kriminellen? Sergej Fährlich. Was leuchtet grün und schmeckt nach Bier? Ein Atompilz. Wie nennt man eine rauchende Palme? Qualme. Was steht im Stuhl und lügt? Ein Lügenpferd. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf dem Ast? Ein Muhu. Was ist braun und rennt über den Teller? Ein Flitzel. Wie hieß der reichste Wissenschaftler der Welt? Alfred Nobel. Was sitzt auf dem Baum und schießt auf alles? Ein Kackvogel. Was ist rund und lebt in Frankreich? Ein Franzdose. Was fliegt durch die Luft und schüchtern Menschen ein? Eine Drohne. Wie nennt man einen kanzigen Nazi? Spardolf Hitler. Was ist schwul und lebt im All? Ein Galien. Was ist das Gegenteil von Till Schweiger? Till Erzähler. Zirkus-Klauen ist auch Diebstahl. Wieso können Dinosaurier nicht klatschen? Weil sie tot sind. Was ist rot und fliegt mit 1000 kmh durch die Luft? Ein Radieschen-Turbo. Was ist rot und klaut? Eine Weinraube. Vor welchem Strudel brauchen auch Nichtschwimmer keine Angst haben? Vor dem Apfelstrudel. Warum bohren Beamte freitags immer in der Nase? Naja, weil sie zum Ende der Arbeitswoche angewiesen werden, noch einmal das letzte aus sich herauszuholen. Treffen sich zwei Unterhosen. Fragt die eine, warum bist du so braun? Sagt die andere. Naja, ich hatte eine beschissene Woche. Ich wurde gestern auf der Autobahn geblitzt. Ich dachte erst, ich hätte eine Idee. Ja gut, das ist irgendwie ein bisschen geklaut hier. Von Maxi Stettenbauer, falls ihr den kennt. Aber ich hab jetzt hier einfach mal ein paar Seiten rausgesucht. Quellen sind unten in der Beschreibung. Ein Mann zu einer Frau. Würden sie für 100 Euro mit mir schlafen? Hm, nein, selbstverständlich nicht. Sagt der Mann. Schade. Ich hätte das Geld gut brauchen können. Warum sind die Engländer immer so dick? Naja, weil sie ihren Wohlstand in Pfund messen. Drei ungeschriebene Regeln. Erstens. Zweitens. Drittens. Es klingelt am Telefon und ein Mann hebt ab. Die Polizei ist dran. Ihr Frau ist im Krankenhaus. Oh, wie ist ihr Zustand? Sehr kritisch. Ja, ich weiß. Ihr ständiges Rumnörgeln nervt mich auch. Ich möchte das umtauschen. Wie bitte? Das ist Ihr Kontoauszug. Umtauschen, hab ich gesagt. Welches Ziel haben Sie? Feierabend und langfristig? Wochenende. Nein, ich meine so richtig langfristig. Urlaub? An der Kasse. Hallo, darf ich bitte vor? Ich habe es eilig. Ich habe wirklich nur ein einziges Teil. Das habe ich auch. Willst du mal sehen? Jedes Stückchen Schokolade, das man isst, soll das Leben um zwei Minuten verkürzen. Ich habe das mal ausgerechnet. Bin 1543 gestorben. Wie nennt man einen Aal, der immer gerade ausschwimmt? Lineal. Wann gehen U-Boote für gewöhnlich unter? Am Tag der offenen Tür. Geht ein Mann zum Zahnarzt. Sie brauchen unbedingt eine Krone. Darauf der Mann. Endlich versteht mich jemand. Wie nennt man den Sex mit Gegenständen? Dingsbums. Was ist blau und steht am Straßenrand? Eine Frostituierte. Haben Sie Angst vor Asiaten? Ja, panisch. Was haben Elektriker in der Hose? Einen kurzen. Durchsage auf der Titanic. Hiermit nominieren wir alle Passagiere für die Ice Bucket Challenge. Zwei Beamte unterhalten sich. Sagt der erste, guck mal, der neue ist gerade am Schreibtisch eingeschlafen. Darauf der andere, tja, der hat sich aber schnell eingearbeitet. Gehen zwei Bomben in den Keller. Sagt die eine zur anderen, lass mal hochgehen. Ich möchte auch Millionär sein, wie mein Vater. Wow, dein Vater ist Millionär? Nein, aber er möchte auch. Ein Mann ist letztens an einem Pfandkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Was machen zwei Mathematiker auf der Toilette? Pipi. Papa, kann ich dich mal was fragen, wegen des Sex mit meiner Freundin? Ja, mein Sohn. Kannst du das bitte lassen? Mutter mit Kind gerade in der Bahn. Kind deutet auf mich und sagt, Junge. Mutter sagt, nein, das ist ein Mann. Selten so erwachsen gefühlt. Ich habe morgen einen Arzttermin, aber möchte nicht hin. Pff, ruf doch an und sag, du bist krank. Du Schatz, mit der neuen Brille gefällst du mir gar nicht. Aber ich habe doch gar keine Brille auf. Ja, aber ich. Treffen sich zwei Piloten. 130 Tote. Was ist braun und dumm? Spakulatius. Hab heute schon wieder einen Brief vom Anwalt bekommen. Dort steht letzte Mahnung. Ha, gut, dass das endlich mal aufhört. Gute Nachricht. Ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner superengen Jeans zu. Schlechte Nachricht habe sie leider nicht an. Ich habe Spaghetti um meinen Wecker gewickelt. Jetzt habe ich Essen rund um die Uhr. Zwei Mathematiker sitzen vor einer schönen Frau und reden. Was machen sie? Kurvendiskussion. Ein Schneemann zum anderen. Lustig, ich rieche auch Karotten. Warum kann ein Känguru höher als ein Haus springen, weil das Haus nicht springen kann? Was ist braun? Klebrig und läuft durch die Wüste. Ein Karamell. Welcher Fisch ist am nervigsten? Der Stör. Wer kaut und hat immer Verspätung? Die S-Bahn. Wo bräunt sich die fromme Frau? Im Nonnenstudio. Was wühlt den Himmel auf? Ein Pflugzeug. Wo sind Meerschweinchen unerwünscht? In Hamsterdam. Was machen die Ostfriesen, wenn sie einen Stromausfall haben? Dann gehen sie an den Strand und holen sich ein paar Kilowatt. Was machen Ostfriesen, wenn sie ein Loch im Boot haben? Sie machen ein zweites Loch, damit das Wasser abfließt. Was sagt der Schlachter zum Bauer? Meerschwein. Den finde ich so gut, den muss ich nochmal mit reinnehmen. Kann man mit einem Tampon schreiben. In der Regel schon. Eieieiei, okay. Was passiert, wenn man bei Weight Watchers anruft? Keiner nimmt ab. Ein Mann macht sich einen russischen Tee. Warum ist er traurig? Hm, er bekommt den Teebeutel nicht mehr aus der Wodkaflasche. Warum gibt es in New York so viele Single-Frauen? Weil die gerne einen Manhattan. Ein Gärtner denkt sich, hm, vielleicht könnte ich mal versuchen, mit den Pflanzen zu sprechen. Okay, ich gehe mal das Unkraut beleidigen. Ein Engel zum anderen. Geh bloß nicht auf die öffentliche Toilette, sonst bekommst du noch Kotflügel. Was heißt Tod auf Mexikanisch? Tortilla. Der Lehrer sagt zu Fritzchen, er solle bis 10 zählen. Fritzchen fängt an. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Der Lehrer fragt ganz verdunst, wo ist die 6? Naja, auf meinem Zeugnis. Sagt die Ehefrau zum Mann. Bitte hör auf, dich über meine Größe lustig zu machen, sagt der Mann. Oh, okay, tut mir leid. Ich mach's auch wieder gut. Wie wär's, wenn ich heute Abend für dich koche und, naja, dir dann zur Beruhigung ein schönes, warmes Waschbecken einlasse? Du siehst verdammt gut aus, hast du abgenommen? Hast du mich gerade rückwirkend hässlich und fett genannt? Wir waren alle vorher überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen. So war auch das Auftreten meiner Mannschaft, zumindest in den ersten zweieinhalb Minuten. Warum darf sich die Dame beim Schach überall hinbewegen? Hm, weil das Brett wie ein Küchenboden aussieht. Alle hoben beim Überfall die Hände, nur nicht Fritz, der hielt's für einen Witz. Ich hab mir einen Bumerang gekauft, für einen Frisbee braucht man Freunde. Entweder du hast ein Brillengesicht oder ein Gesicht zum Brüllen. Nichts ist umsonst, selbst der Tod kostet das Leben. Wann ist ein Mann einen Euro wert? Wenn er einen Einkaufswagen vor sich her schiebt. Sitzen zwei Hundehaufen auf der Mauer und rauchen einen Joint. Da kommt ein Dünnschiss vorbei und fragt, darf ich auch mal ziehen? Sagt der eine Hundehaufen, nee, das ist nur was für Harte. Herr Bademeister, Herr Bademeister, da frisst ein Hai ein Kind auf. Ja, die machen das so. Wo ist eigentlich der nervige Nachbar geblieben, von dem du mir erzählt hast? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist im Garten. Wo denn? Also, man muss schon ein bisschen graben. Warum dauert es länger, einen blonden Schneemann zu bauen, als einen normalen Schneemann? Ach, weil man auch noch den Kopf aushöhlen muss. Wenn eine Frau wütend ist, nimm sie in den Arm. Wenn das auch nicht hilft, halte Abstand und wirf ihr Schokolade zu. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert. Mach das nie wieder. Nie wieder. Da lernt man Dreisatz und Wahrscheinlichkeitsrechnung und steht trotzdem grübelnd vor dem Backofen, welche der vier Schienen nun die mittlere ist. Mein Bett und ich lieben uns, aber der Wecker kommt damit nicht klar. Was ist der Unterschied zwischen einem Theater und dem Bundestag? Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Was ist der Bundestag an einem sonnigen Tag? Eine Schattenregierung. Manche Politiker sollten lieber den Mund halten, als eine Rede. Meine Frau hat mich beschuldigt, ein Transvestit zu sein. Also habe ich ihre Sachen gepackt und bin gegangen. Der Autofahrer zum Tankwart. Kontrollieren Sie bitte auch die Reifen. Eins, zwei, drei, vier. Alle da. Geht ein Diamantina einkaufen. Fragt die Kassiererin. Sammeln Sie noch Punkte? Treffen sich zwei Kerzen. Fragt die eine, was machst du heute Abend? Antwortet die andere, ich gehe aus. Wie würdest du mich beschreiben? Mit Edding. Alter, mit dem Bizeps zu prahlen ist einfach Oberarm. Und damit vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen oder Zuhören. Je nachdem, war jetzt so ein kleines Ding, war jetzt auch nicht so gut wie das erste Video. Ich weiß, ich weiß, es ist eben gar nicht so einfach, hier neue Witze zu finden, gute Witze zu finden. Ich hoffe trotzdem, es hat euch in irgendeiner Weise gefallen und sage, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.